so damit haben wir herzlich willkommen zurück ich weiß schon wo wir hin müssen und zwar einmal hierdurch und nach okay ich bin schon mal falsch ja ich weiß wo wir hin müssen wir müssen hier einmal runter sind da sind lampen hier haben wir ein re das sonst den weg versperrt erinnert mich ein bisschen an pokémon rudolf legt zum landen an und sinkt wieder unter die wolkendecke rudolf landet und gibt ein schnaufen von sich danach gibt er amadeus ein zeichen dass er absteigen sollte was dieser sofort auch tut er blickt sich um doch mehr als das igloo gibt die karge landschaft nicht her amadeus geht voran und betritt ohne weiteres zögern das große tor im gebäude ist es erstaunlich warm viele kleine kobolde in weihnachtlichen anzügen aber auch yetis angezogen mit schürzen rennen mit geschenkboxen lebkuchen oder mit verschiedenen einzelteilen von spielzeugen das igloo selbst sieht innen aus wie eine riesige spielzeug manufaktur gegenüber von diesen beiden tischen sind gerade yetis dabei lebkuchen spekulatius und weitere kleine köstlichkeiten herzustellen hinten im raum ist eine kleine tür sie führt tiefer in den eisberg hinein obwohl es eigentlich sogar recht geordnet von dann geht geht alles trotzdem etwas drunter und drüber da viele der besonderen wesen in dieser manufaktur hin und her eilen trotzdem kommt schon bald eilig ein etwas größer gewachsener wichtel auf amadeus zu er trägt verschiedene rollen pergament unter dem arm was jedoch genau darauf steht ist nicht ganz klar für amadeus was suchst du denn hier fragt der freundlich gründende wichtel es ist tatsächlich cyrus freudestrahlend antwortet amadeus auf ihn hey cyrus du bist also hier ich bin so froh dich gefunden zu haben du hast mich gesucht was hast du denn im rentierfutter da war ein hofeisen amadeus grinst leicht und du hattest doch eins gebraucht wie kommt das ins futter wie kommt das ins futter cyrus blick ändert sich leicht in eine eher verwirrte weise aber gut ich brauche es tatsächlich ein pferd was normalerweise eine menge gegenstände und einzelteile zu den benötigten orten hier bringt hat ein kaputtes hufeisen oh dann ist es ja perfekt amadeus kramt in seinem mantel herum und reicht cyrus das hufeisen danke dir ich bin dir etwas schuldig amadeus wirklich aber ich muss jetzt wirklich wieder in die arbeit ja ich muss auch zurück bevor es tag wird ich sollte gar nicht hier sein sagt amadeus darauf eilig während er sich zum tor wendet richtig du musst dich doch um die rentiere kümmern dann wohl viel erfolg nach einer kurzen pause in der cyrus noch in seiner tasche kramt amadeus ist schon fast draußen oh und amadeus hier für dich cyrus gibt ein zwinkern von sich und wirft ihm eine kleine geschenkbox zu als aufmerksamkeit unter freunden daraufhin dreht er sich in das gebäude rein und verschwindet unter den yetis amadeus schaut kurz etwas verwirrt auf das geschenk geht dann aber eilig nach draußen zu rudolf sattelt sich und beide fliegen in der schon angebrochenen dämmerung zurück nach hause beim landen kommt ihnen keiner mehr entgegen einzig zwei weitere rentiere sind in den vorraum gelaufen und haben sich neugierig umgeschaut als dann rudolf den raum mit amadeus betritt und kurz kräftig auftritt laufen diese zwei entdecker in den stall zurück dicht gefolgt von den beiden in der stallung steigt amadeus vorsichtig von rudolf ab das geschenk von cyrus fest in der hand danach löst er den sattel von ihm und hängt ihn an die wand als wäre nie etwas gewesen danke rudolf wirklich danke sagt amadeus leise sein blick ist ehrlich und fröhlich rudolf scharrt am boden und nickt erneut amadeus blickt nur das geschenk an besonders groß ist es wirklich nicht aber das ist ihm auch nicht unbedingt wichtig er löst leicht das band blickt zu rudolf auf dann wieder zum geschenk langsam und vorsichtig entfernt er das band und öffnet die box er beginnt breit zu lächeln und zieht einen kleinen lebkuchenstern heraus auf ihm sein name niedergeschrieben kurz nachdem er es herausgenommen hat bricht dieser aber auf und ein kleiner lichtstall zieht durch den raum an die futterschale der rentiere nach einem kurzen moment der blindheit schaut amadeus nun zu der säule sie glitzert wie der sternenhimmel über den wolken auch ist dort ein flaschenzug für futtersäcke erschienen auf ihm ein zettel frohe weihnachten mein freund auch wenn es etwas zu früh dafür ist ich hoffe dir wird meine konstruktion das leben erleichtern wir sehen uns an heiligabend gezeichnet siren ich find's immer sehr schön geschrieben und verwirrend dass ich hier nicht rauskomme mist damit beende ich auch diesen part hoffe es hat euch gefallen tschüss jingles belles jingles belles jingles all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh jingles belles jingles belles jingles all the way oh what fun it is to ride in a